Und da sind wir auch schon wieder. Ja, schon wieder mit Ling Ling und Flix. Ja, bei Papers, Please. Und wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar an der Grenze. So, neuer Körperscanner am Flughafen Frankfurt. Neu. In der letzten Folge gab es ja einen Terrorangriff. Ja, leider. Okay, ein paar Wochen, 14 Tage, stimmt soweit. 21, 22, 12, der stimmt soweit. Sie hat eine Sonnenbrille. Können wir jetzt... Ach, Choleria, da, da, da. Wir brauchen Körperscan. Körperscan. Wie macht man das nochmal? Ähm, ich glaube, Rulebook. Basic Rules, da genau. Ah, okay, weil die Terroristen aus Choleria kamen. Ja, genau. Selected for a random search, ja, ja. Okay, es wurden Bilder gemacht, da werden Bilder gemacht. Okay, gucken wir mal an. Ah, jetzt war ich schon unnötig. Achso, okay. Ah, muss ich das Let's Player jetzt ab 18 machen? Hier kriegen sie die... Ne, die Bilder behalte ich. Okay, oh Gott. Oh Gott. Jetzt werden wir da noch Penisse. Oh nein. Oh Gott. Ja, stimmt der Rest soweit? Dorothy, ja. 55. Ich will mir gerade mal, ob sie noch aus der richtigen Map kommt. Ja. Oh Gott. Die sieht viel dicker aus, als sie eigentlich auf dem Foto aussieht. So. Ah, schade, das Bild wurde weggenommen. Wir dürfen sie leider nicht aufheben. Warte mal. Wenn du es auf YouTube hochladen willst, musst du doch theoretisch Nudity ausmachen. Echt? Ja. Verpixel geht auch nicht? Verpixel geht. Kannst du das? Ja, ich kann das bestimmt. Machen wir es jetzt mal aus. Das ist ganz... Oh, schade. So. Mach ich kleine Felix-Köpfe da dran. Okay. So, sie kommt aus Impor. 84. Stimmt soweit. Was hat sie gesagt? Transiting to Elsewhere. Two days. Ja, stimmt soweit. 25.12. Stimmt soweit. Sarah Krasinov. Stimmt auch. Ja. Müsste eigentlich stimmen soweit. Sie kommt aus Impor. Und aus Enque. Ja. Approved. Offizielle... Offizielle... Ja. Meinung. Papers, please. Three months. Ja, stimmt. Hast recht. So, gucken wir mal. Skull. Achso, ähm. 5.12. Ah, guck mal da. Endlich stimmt mal wieder die Zeit nicht. Ist abgelaufen. Tut mir leid. Ja, was einfach ist. Ja, tut mir leid. Die Neid. Auf Wiedersehen. Vielleicht sehen wir unseren alten Freund ja wieder. Papers, please. Das wäre allerdings cool. Arzt Tokka aus Paradisna. 41.1990. Der Kleppe Mats. Ja, stimmt soweit. Ähm, gucken wir mal gerade nach. Arzt Tokka. Und da kommt sie aus Paradisna. Okay. Ja. Oh, sieht aber nicht aus, als ob sie 86 Kilogramm wiegen. Irgendwie schon, ja. So abgemagert aus. Naja. Kann man das überhaupt... ...beprüfen? Oder... ...befragen? Äh. Invalid Gender? Oh nein! Oh! Scheiße. Darauf achtet man natürlich. Äh, Visit Today. Ja, genau. Stimmt soweit. Female. Aber die sieht nicht so aus. Wir sitzen hier so zweit, du hast sogar eine Doppelüberprüfung und... ...kriegst trotzdem nicht hin, das Geschlechtsüberprüfen. Das liegt bestimmt an dieser späten Uhrzeit. Keine bekannten... Ja, der Alias ist ja eigentlich auch gleich. Der... Also der Name ist gleich. Okay. Wir müssen jetzt nur gucken, ob die Fingerabdrücke über einen Stimmen. Mhm. Stimmen. Das heißt, sie ist es. Sie ist es. Sehr schön. Gut, dann ist der Rest... 12.05.84... 13.12. Ja, das müsste eigentlich alles stimmen soweit. Hoffentlich. Also, wir gucken nochmal gerade, ob es hier an... Skull... Ja, stimmt. Hast recht. Okay, darfst weiter. Auf Wiedersehen. Cause no trouble. So... Transit. 14 days? Six months? Ähm... Wollt ihr mich für Apple? Das ist natürlich... Tja, da hat er sich nochmal korrigiert. Dann hat er Glück gehabt, okay. Dann... Vance, ja... Stimmt soweit die Nummer... 84... Ja, ja, male... Aber warte, die Haare sehen ein bisschen anders aus. Aber ich wüsste... Nee, das passiert ja manchmal. Aber ich wüsste nicht, ob man ihn trotzdem ablehnen sollte. Echt? Wieso? Weiß nicht. Komm. Ich glaub nicht, dass es nur ein Flüchtigkeitsfeder war. Glaubst du nicht? Ja, ich denk schon. Oh, guck mal, jetzt kam bis jetzt noch nichts rein. Passing through. Ist ja ein paar Wochen... Ja, zwei Wochen, okay. Stimmt schon soweit. Die Nummer stimmt auch soweit. 84... Ja, 20.12. Der steht auch. Shady Safari... Shaggy... Darf rein. Achso, gucken wir nochmal... Ja, das passt. Colachia und Westcrestin. Ah! Ah! Colachia! Stimmt! Ah! Er hat den fast durchgelassen, den Tricksack. Ähm... Face to Scanner. Oh, jetzt kommt was. Hoffentlich. Pschu! 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 So. Und er hat... Ah, er hat jetzt eine Unterhose an. Was ist das? Was ist das? Hm. Bestimmt irgendwas von OPs. Glaubst du? Wo müssen wir denn nochmal gucken? Hä? Wann mal... Ach genau. So. Wir gehen jetzt ins Workbook. Sagen wir es... No Weapons or Contraband. Ja. I give you 10 credits to let me through. Schade. Haben wir ihn durchgelassen? Ja. Egal. Wir sind knallhart... Ja, das hätten wir tatsächlich... Machen sollen. Ja, wir sollen vielleicht nicht... Sofort. Ja. Ist da ein paar von diesen? Okay. Ja, tut mir leid, du hast aber... Must have a passport. Du hast kein Passport, Alter. Was ist Passport? To be used for den Niles only. Okay. Ja, tut mir leid. Geh weg. Na ja. Die wollten uns veräppeln, ne? Papers, please. Der sieht ja böse aus. Visiting friends. Ah, jetzt gehen so. Stay one month. Okay. Anthony Newman. Ja. 84. Ja. Zwei... Stimmt eigentlich soweit alles. Oh, ich hab'n Angst vor den nächsten Terrorangriff. Ja. Republika. Was ist denn? Okay. Irgendwann werden wir in die Luft gesprengt, glaube ich. Das ist das Ende des Spiels. Ja, ja. Das könnte ich mir vorstellen. Oh Gott. Oh Gott, untersuchen können wir doch jetzt mit Space Button machen. Ja. Ja, sollten wir mal vielleicht machen. Ja. Ah Gott. Shit. Die sterben uns doch weg. Wir haben kein Geld. Ach, oder? Ich krieg jetzt auch Verwarnung, wenn wir zu viel Bullshiterei machen. Keine Ahnung, ey. Und stirbt die Familie daheim weg und wir interessieren uns für File Format Complaint. A Diploment will arrive today for High-Level Discussion. Ah, da haben wir's. Automatic Surges of Galician. Okay, also wir dürfen die jetzt nicht mehr. Automatic Surges of Galician. Ja. Ah, vielleicht... Können wir so die Zeit nutzen? Nur mein Verdacht. Papers, please. Kann man? Kann man mit die Zeit anhalten? Weiß nicht. Okay. Hm. Access to All-Name-Consul-Nation. Name of the States granted upon. Presentation on Stocker. Impor. Was? Unconditional access to All-Name-Consul-Nation. Ach so, er darf jetzt hier rein. Ja. Okay. Soweit männlich stimmt's, stimmt's, stimmt's. Joko auch. Okay. Okay. Okay, bevor ich nicht... Joko müsste eigentlich stimmen. Hm... Regional Map? Joko. Joko City, ja. Ja, sagen wir mal... Ja. Oh, Gott. Hey. Oh. Oh, weg. Aber da steht oh, weg. Oh, weg. Oh, weg. Oh, weg. Aha. Ui. Gut gemacht. Mhm. Das muss doch nicht. Natürlich muss das. Die ist sowas von verdächtig. Die hätten ja auch ablehnen können. Nein! Nein! Es ist nicht. Hey, es ist mir. Hey, es ist mir. Oh, er hat er akzeptiert. Oh, der Arm und Herr. Zogen. String dich doch mal an. Ich frag mich, was passiert. Ich will nicht wieder zurückkommen. Haha. Du bist ein guter Typ, aber ich habe Business in Herzogar. Ich bekomme richtige Papers in... Vielleicht ist das ein böse, böse Typ. Ja, vielleicht. Vielleicht sollten wir ihn auch einfach töten. Keine Ahnung. Papers, bitte. Wir befinden uns ein Verhängnis. Vielleicht die Duration des Tages. 8 Wochen. Okay. Entfernt bei 29.12. Ja. 84, ja. Aber die Nummer stimmt nicht einfach. über einen. Und der Name stimmt auch nicht über einen. Der Name stimmt über einen. Ne, aber das auch nicht. Ne. Simon Gamolski. Ach doch, ja stimmt. Hast recht. I don't know what you say. Er hat's geklaut. Wir müssen ihn töten. Warum heißt du das denn? Gesunder Menschenverstand. Robin Hood. Ich habe es. 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 Wenn du meinst, er macht mir Angst. Das war ein Killer oder so. Glaubst du? Ich habe es. Ich habe es. Vielleicht sollten wir ihn durchlassen, dann kam man. Dreck's. 30 Days. Ja das stimmt schon. Was hat sie gesagt? Visiting? Ne. Wahna. Transiting ist was anderes als Visiting. Also. Ja. Entschuldigung, ich bin gerade besitzt. Aber ihr Name ist auch anders. Die denken auch, es wäre so einfach uns zu überlisten. Was es manchmal auch wahr. Ich habe Multiple Names. Ja, dann füll das mal aus, du Olle. Ja, Hedrickson. Ja, müssen wir jetzt mal gucken, ob die Dings übereinstimmen. Bestimmt. Passt. So, okay, dann... Alias Henry Hendrickson, okay. Katharina Czerwoska. Gut, ich würde sagen... Female, stimmt. Mom, ja, Nummer, stimmt. Geht das mit Oberstrand, ja? Achso, ja, stimmt. Oberstrand. Die frisst ja sau viel Zeit. Ähm... Passt. Ja, okay. Ich bin gespannt, wie die Story sich noch wendet und dreht. Sieht aus wie ein Affe. Ja. 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 Ja, das Bild passt nicht. Aber man hat recht, ja? Thomas Kortski, ja. Okay. Seine Nummer... ... stimmt auch. Mail... Boston... ... 83... ... ja. Okay. Republia. Postan. Okay, okay. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Essen. Oh? Hä? Meine kackten Kinder. Help us, please. I am visiting. Twelve weeks? Three months? Oh, kann den kommen. Aber warte mal, erstmal brauche ich mal hier... Passport. Dummer Idiot. See ya. Ich glaube, jetzt kommen gleich noch diese Kormann Drecks. Nee, ich glaube... Oh? Hallo? Äh, genau. Jetzt hinweisen. Auf diese Karte. Ah, stimmt. Magic Data. Vielleicht, äh, auf sie? Also, ich meinte... Ich meinte... Die Karte. Auch sie. Um sie darauf ansprechen. Hä? Vielleicht sollten wir sie einfach nur durchlassen, obwohl irgendwas falsch ist. Vielleicht ist sie eine böse Terroristin. Warte mal, das Bild stimmt doch gar nicht übereinen. Das da. Äh, unten. Das da? Ja. Echt? Hä? Was sollen wir denn mit ihr machen? Achso, gif. Ah. Very good. Read quickly. Uh, quickly return to my... Ja, hier ist uns leider der Ton abgeschmiert, aber ihr könnt jetzt trotzdem weiter gucken. Wir... Versuchen hier noch einen nach dem anderen durchzulassen, aber ich meine, die Zeit ist jetzt eh gleich abgelaufen, deswegen... Passiert jetzt auch nicht mehr so viel Spannendes. Jetzt kommt hier diese... Aha... Drecks Kormann. Kormann Drecks. Ja. Da haben wir ja hier oben den Namen von der... Genau. Passiert alles. Matching Data. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr... Ich glaub, die sollten wir nicht durchlassen. Oder? Sollten wir die durchlassen? Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Es ist schon ein bisschen her, dass wir das gespielt haben und mir fällt grad erst auf, dass es nicht zu Ende gemacht worden ist. Achso, genau. Wir haben es ihr jetzt gegeben. Ach, ja, jetzt weiß ich wieder. Okay. Und da kriegen wir unseren Auftrag. Art Soccer is a great country. Poisoned by corrupt leaders. Ähm... Help us to free Art Soccer. Genau. Wir sollten jetzt einfach... Wir sollen ihnen helfen. Den Etsic. Und... Ja. Es ist eigentlich soweit. Ganz klar. Jetzt müssen wir da wiedergeben eigentlich. Und die durchlassen. Ich glaub, soweit ist ja eh alles richtig. Genau. Da hatten wir kurz... Geööberprüft. Ich weiß gar nicht, was mit uns los war. Aber ich trotzdem hoffe ich, dass ihr Spaß bei dem Spiel habt. Und ich hoffe, ihr gebt ein paar Kommentare ab. Gefällt's euch? Gefällt's euch nicht? Habt ihr denn die anderen Teile gesehen? Da. Und jetzt geht's ja auch schon weiter. Ich weiß nicht, was wir so lange gebraucht haben. Ja. Und jetzt ist dieser Tag vorbei. Ach genau. Und da haben wir dieses komische Blättchen bekommen. Das wird uns später noch sehr viel nützlich sein. Entschuldigung. Ja. Unser Onkel ist gestorben. Ich kann euch nur verraten. Das wird doch... Toll. Ja und... Bevor wir lieber Medizin holen... Ah genau. Machen wir lieber unser Boost Upgrade. Das hilft uns schneller zu arbeiten und dadurch kriegen wir mehr Geld. Eigentlich. Obwohl ich das glaube ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht benutzt habe. Diese ganzen Upgrades. Jetzt... Oh. Was passiert jetzt? Okay. Naja. Ich sag jetzt schon mal... Ich... Wünsche euch noch viel Spaß. Hoffentlich kommt der nächste Teil ja auch bald. Müsste aber eigentlich sein. Wir haben jetzt schon ein bisschen vorgedreht. Deswegen... Seid gespannt. Oh. Was war das? Okay gut. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.